Ja, und bei uns im Studio ist jetzt meine Kollegin Stefanie Bartschek, die die Spiele in Australien und Neuseeland für die ARD kommentiert. Steffi, aus deiner Sicht, wie kam es zu diesem, wie soll man sagen, Debakel? Also ich bin nach wie vor auch immer noch geschockt und ich glaube, dieses Gefühl teile ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Die deutsche Mannschaft wirkte nervös, hat Fehler gemacht und hat einfach gar nicht ins Spiel so wirklich reingefunden. Also wenn ich überlege, gegen tiefstehende Gegnerinnen, und das waren sie eigentlich auch gewohnt, in den Spielen vor der WM, haben da ja auch viel getestet, da einfach keine Lösungen anzubieten. Und wenn Chancen rausgespielt worden sind, das war die Chancenverwertung am Ende nicht gut. Also da passte so wenig und Svenja Huth, die Stürmerin, hat es gesagt, wir haben einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber scheiße gespielt. Das sind ihre Worte gewesen, ja. Ja, das ist ein Zitat, deshalb dürfen wir es glaube ich sagen. Aber war das nicht abzusehen? War die deutsche Mannschaft denn vorher, auch aus deiner Sicht, du hast die Spiele gesehen, kommentiert, denn schon schwach auf der Brust oder nicht? Oder wie hast du es wahrgenommen? Ja, also in dieser Vorbereitung fehlten teilweise wichtige Spielerinnen. Dann kam noch dazu, dass Bayern München, der emtierende deutsche Meister, tatsächlich die Spielerinnen später als eigentlich abgesprochen abgestellt hat für das Testspiel gegen Vietnam, was die deutsche Mannschaft gerade so mit 2 zu 1 gewonnen hat. Und man hatte sich vorher Gedanken gemacht, wie gestalten wir die Testspiele? Und extra Gegnerinnen ausgewählt, die den Gegnerinnen in der Gruppenphase jetzt relativ ähnlich kommen. Und schon da waren die Probleme da. Das heißt, für mich war klar, es ist eigentlich genug Zeit, um ein bisschen besser agieren zu können. Und trotzdem sah das dann phasenweise nicht gut aus im Turnier. Es gibt jetzt auch Kritik, dass die Taktik zum Beispiel zu eindimensional auf Alexander Popp zugeschnitten gewesen sei. Siehst du das auch so? War das ein Problem? Man hat es gegen Südkorea natürlich richtig gut gesehen, denn ab der zweiten Hälfte, als Deutschland sich darauf beschränkt hat, Flanken von der Seite rein zu servieren in den 16er. Und Alexandra Popp sich jedes Mal wieder hochgeschraubt hat, dann wurde es gefährlich. Und das ist dann unterm Strich zu wenig. Ich habe so viele Teams bei dieser WM gesehen, die sind taktisch einfach mittlerweile variabler aufgestellt, passen sich dann auch einfach an. Die Bundestrainerin hat gegen Südkorea auf eine Doppelspitze gesetzt und das war die einzige Änderung. Und doch haben beide Spielerinnen vorne, Lea Schüller und Alex Popp, die Bälle kaum bekommen, außer bei hohen Hereingaben. Und das ist mir persönlich dann doch ein bisschen zu eindimensional, würde ich so sagen. Was glaubst du, was wird jetzt auf die Bundestrainerin Martina Voss-Technenburg zukommen? Wird sie sich die Kritik zu Herzen nehmen? Was wird sie tun? Wird sie sogar vielleicht mit ihrer Person hadern in irgendeiner Form? Na, sie war ja gestern nach dem Spielen, das hat man auch wirklich gemerkt, angefasst. Das hat sie wahnsinnig getroffen, so wie ich sie kennengelernt habe, auch in persönlichen Gesprächen, wie vor solchen Spielen, ist es üblich, dass man Kommentatorengespräche hat. Habe ich sie immer als sehr reflektiert wahrgenommen. Ich denke, die wird sich auf jeden Fall hinterfragen. Ich bin aber anderer Meinung als viele andere draußen. Ich finde, sie ist trotzdem ein Gewinn auf dieser Position und würde mir wünschen, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet, dass man die eigentlichen Probleme angeht, schaut, wie kann man vielleicht auch einen Umbruch hervorbringen, gucken, dass man jüngere Spielerinnen einfach besser einpflegt und sie dann schaut, okay, wie kann man sich taktisch auch weiterentwickeln, weil rein menschlich ist sie ein Gewinn auf dieser Position und deswegen hoffe ich, dass es mit ihr weitergeht. Und dass wir dann im nächsten Jahr anders aufgestellt weiterspielen. Stefanie Batschek, vielen Dank für den Besuch bei uns und deine Einschätzung. Sehr gerne, danke.